Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Für mich braucht ihr keine Kurzgeschichten schreiben, wenn sie nicht lesen. Okay, tatsächlich habe ich sie mal gelesen und ich bin kein großer Stephen King Fan, weil der nicht so schreibt, wie ich es gerne habe, um es mal so auszudrücken. Das finde ich super. Stephen, ab jetzt schreibst du mal so, dass ich mich wohlfühle dabei. Genau, genau. Stephen, wenn du das hörst, wir könnten Freunde werden. Also ich habe nichts gegen Stephen King, ich habe auch ein paar Sachen gelesen, aber es war nie so meins. Ja, gut, verständlich. Der schreibt aber auch so viel, vielleicht ist da zwischendurch mal was dabei für dich. Ja, definitiv. Also ich fand die Sachen, die ich gelesen habe, auch meistens ganz gut. Das sei auch genau. So, aber zurück. Worüber wollten wir uns eigentlich unterhalten? Richtig, über den Boogie. Genau, den Boogie-Wooogie-Man. Ich denke, wo du an die anderen Mans alle denkst, denke ich immer an den Nightmare von Elm Street. Den Ugi. Okay, egal. Ja, ich glaube, man kann es grob zusammenkürzen. Die Handlung für eine Boogie-Man geht um eine Familie, die hat eine Tragödie hinter sich gebracht. Die Mutter ist tot, der Vater ist Therapeut. Es gibt eine Teenager-Tochter. Das klingt so gut. Tragödie hinter sich gebracht, die Mutter ist tot, der Vater ist Therapeut. Also beides ein Beruf. Ja, das eine muss er studieren, das andere ist ein Ausbildungsberuf. Genau. Eben. Nein. Das eine bist du 40, das andere für immer. Genau. Und ja, die kleinste Tochter hat Probleme mit dem Einschlaf und hat Angst im Dunkeln. Und wir erfahren im Laufe des Films, das hat sie auch mit Recht. Denn es gibt den Boogie-Man. Das ist ein, ich würde mal sagen, eine Art Dämon, der sich in der Dunkelheit wohlfühlt und das Licht meidet. Und diese Familie, beziehungsweise die beiden Töchter, müssen jetzt irgendwie versuchen, den Boogie-Man loszuwerden. Denn der Boogie-Man hat eine ganz, ganz doofe Angewohnheit. Er tötet nämlich gerne Menschen. Ah, scheiße. Mensch. Fuck. Wieso? Ja. Das ist ja blöd. Es wäre eine coole Prämisse, wenn es dann heißt, und der Boogie-Man, der häkelt gerne. Er setzt sich neben dich auf den Schaukelstuhl. Ja. Der Boogie-Man, der nervt dich einfach nur. Was machst du da? Warum? Wieso? Weshalb? Kannst du mir zwei steigen Milch mitbringen? Ja. Lieber Steve-Film, du hast es ja gehört, wir hätten ein paar tolle Ideen für deinen nächsten Film. Keine Ahnung. Oder überhaupt so eine Till, äh, nee, Till Schweiger, eine Matthias Schweighöfer-Komödie, wo der Boogie-Man als Mitbewohner irgendwo mit dabei sitzt. Und jedem auf den Sack geht. Es gab ja schon einige Boogie-Man-Filme. Es gab einen von Uli Lommel und einen aus den frühen 2000ern. Den habe ich auch mal gesehen. Und wie gesagt, dieser neue Boogie-Man hat jetzt ein bisschen für, ich sag mal, für Furore gesorgt, Max. Oh. Denn du wirst nicht glauben, was mir berichtet wurde. Es wurde berichtet, das soll der gruseligste Film aller Zeiten sein. Und es war wohl wirklich auch so, dass Walt Disney diesen Film eigentlich produziert hat für ihren Streaming-Dienst Hulu. Und dann nach positiven Testverführungen entschieden hat, nein, dieser Film kommt nicht ins Stream, zumindest nicht sofort. Der kommt zuerst ins Kino. Ich sehe hier ein Budget von 41,9 Millionen US-Dollar. Das bedeutet, es wäre für so ein Streaming-Hulu-Dings ganz schönes Wagnis gewesen, oder? Durchaus. Ja, das ist jetzt so über die Mittelklasse. Andererseits Evil Dead Rise, der hat, glaube ich, auch so 30, 40 gekostet. Und der war auch für HBO Max eigentlich vorgesehen. Ah, okay. Ist das jetzt so die neue Preisklasse? Es gibt auch hier diesen Satz, dass mitbudgetierte, mitbudget-Filme nur noch rentabel sind für Streaming-Dienste. Vielleicht kommt es daher. Und 40 Millionen ist ja schon eher mitbudget. Ja, ja, ja. Also, ja. Okay. 40 Millionen ist ordentlich, hätte ich gerne auch im Konto. Ja, du, für 40 Millionen drehe ich dir auch so ein Boogeyman. Also, behalte ich zwar dann 38 Millionen davon. Ja. Okay. Okay. Also, diesem Film ging also schon gewisse Vorschusslobjahren voraus. Da muss man aber auch jetzt mal ganz ehrlich sein, das ist bei gefühlt jedem zweiten Horrorfilm so. Und ich hatte ein bisschen Schiss. Nicht Schiss davor, dass der Film jetzt wirklich gruselig ist. Ich hatte mehr Schiss, dass das so ein Jumpscare-Festival ist, wo dann alle drei Minuten irgendwas vor die Linse springt. Und hast du nicht auch mit mir Smile besprochen? Ja, den hatten wir auch. Ja, siehst du mal. Ist ja super. Denn bei Smile war es so, ich fand, der hatte seine Stärken. Da hat er mich aber echt genervt, wie repetitiv und inflationär da diese Jumpscares kommen. Und ich hatte halt wirklich großen Schiss davor, dass es bei The Boogeyman auch so ist. Und ich muss sagen, aus meiner Perspektive, der ist schon sehr Jumpscare-ig, aber er ist nicht so schlimm Jumpscare-ig. Wie ist dazu deine Meinung? Ich teile diese Meinung, weil der Vergleich mit Smile ja auch relativ passend ist. Smile ist ja so der letztjährige Sommer-Gruselfilm. Boogeyman würde ich jetzt fast sagen, der könnte in diese Fußstapfen dann auch reintreten. Und Boogeyman, der ist, ich würde sagen, der ist ein bisschen atmosphärischer. Und er nimmt sich am Anfang mehr Zeit. Er macht die Jumpscares dann auch nicht so, keine Ahnung, zahlenmäßig sind sie wahrscheinlich unterlegen, die Jumpscares beim Boogeyman. Aber die sind halt fucking laut. Das ist es. Also ich bin da im Kino gesessen. Das sind sehr, ich sag mal, weniger visuelle Jumpscares. Es sind mehr tatsächlich diese, ganz einfach irgendein Knall aus der Box kommt. Ich meine, es wird ja auch sehr oft mit einer Schrotflinte gestoßen in diesem fucking Film. Tut mir leid, aber ich habe gerade dieses Bild vor Augen wie Max Rauscher im Nachthemmel mit seiner Nachtmütze, Bommelmütze, der im Kinosessel liegt. Und dann kommt so ein Jumpscare. Und dann stehst du so auf und schreist so, Ruhe, Puff. Ja, genau so war es aber tatsächlich. Aber man muss zur Verteidigung der Lautstärke dann auch sagen, habe ich auch in diesem etwas besonderereren, modernereren Kino gesehen. Vielleicht lag es da auch daran, dass die Soundqualität einfach ein bisschen besser war. Genau. Ja. Ich habe in einem normalen Kino geguckt, in Farbe und bunt. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sagen muss, du hast schon gesagt, Atmosphäre. Ja, bunt ist eh nicht viel. Ja. Also zur allgemeinen Prämisse. Ich mag diese Prämisse, die wurde schon in Filmen wie Lights Out oder Der Fluch von Douglas Falls aufgegriffen. Und ich mag solche effektiven, einfachen Prämissen wie diese. Nämlich, Dunkelheit böse und tödlich, Licht gut. Und daraus macht er echt ein paar richtig schöne Sachen. Es gibt eine Szene, die fand ich richtig toll. Da sitzt das Mädel vor einer Playstage, also vor dem Fernseher. Und je nachdem, welchen Knopf sie drückt, desto heller wird der Fernseher, weil dann die Figur irgendwas abschießt. Und das ist so eine ganz schöne Szene, weil ich finde sie zum einen unglaublich kreativ. Ich finde sie unglaublich stilistisch gut und atmosphärisch auch. Sie ist ein bisschen kurz und wird auch natürlich mit einem lauten Knall aufgelöst. Aber trotz allem fand ich das sehr schön. Ja. Also ich will, wir hatten ja im Vorfeld, haben wir uns ein bisschen unterhalten, beziehungsweise geschrieben und da war dann schon relativ klar, dass du den Film wahrscheinlich mehr mochtest als ich. Jetzt soll das aber nicht so klingen, als wäre ich dem Film übel gegenüber eingestellt. Nee, also alles, was jetzt so schauspielerisch fand ich den gut. Ich fand den auch sehr gut inszeniert, so Production, Design und alles. Also die Häuser, Wände, die Dunkelheit an sich wirkt schon alles sehr gut. Dann solche Ideen wie die, die du jetzt gerade genannt hast mit der Playstation, dass eben das Licht nur aus einer einfachen Quelle irgendwie kommt, die dann anderweitig gesteuert wird. Auch die Schattenspiele sind ganz gut, die die Sachen ja dann auch sehr gruselig machen. Ich war tatsächlich nur eben ein bisschen unterwältigt von dem, dass es dann doch erstens mal ein bisschen vorhersehbar war, aber gut, okay, das hätte ich eh erwartet. Also ich bin jetzt da nicht reingegangen und dachte mir, da kommt jetzt irgendwie irgendwann mal Nietzsche aus dem Schrank und der erzählt mir was von der Welt. Und auf der anderen Seite ist es halt dann doch, ich glaube, ich bin jetzt, glaube ich, kurz gescheitert worden. Ich glaube, was der Herr Rauscher sagen möchte, ist, der Film ist gut, aber er ist nicht besonders genuin und er ist vor allem sehr generisch. Vor allem gegen Ende ist er sehr generisch und er hat schöne bis tolle Einzelideen, aber ich finde, er schafft es nicht, diese Einzelideen zu verpacken. Ah, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ich habe den nicht kapiert am Ende streckenweise. Ne, also was heißt kapiert, ist jetzt ein großes Wort, aber da kommt am Ende, es kommt ja immer irgendwann mal diese Person, die mehr oder weniger den Schlüssel dazu hat, wie man das Monster besiegen kann. Und in dem Fall ist es halt dann die gute Frau Ireland, Marion Ireland, die ich übrigens auch immer ganz gern sehe und die da irgendwie so eine, keine Ahnung, verwirrte Frau mittleren Alter spielt. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich nicht so wirklich, auf was das hinauslaufen soll, denn so eine richtige Lösung wird ja dann nicht wirklich geboten. Also ich weiß nicht, ob der Film vorher irgendwelche Regeln festgelegt hat. Ab einem gewissen Zeitpunkt werden einfach irgendwelche Sachen vorausgesetzt als Fakt präsentiert und damit muss man dann leben. Und das war mir tatsächlich dann ein bisschen zu simpel. Ja, also ich weiß, was du meinst, da gehe ich auch mit. Es ist wirklich so, es wirkt so ein bisschen so, dass sie im letzten Drittel so merken, ah fuck, wir müssen es ja auch irgendwie beenden. Ja, irgendwie müssen wir ja das Teil dann zur Strecke bringen. Ja, und sie machen das aber jetzt nicht mit einem Großexposition, sondern sie machen dann halt eben so ein, ja wie ich schon sagte, so ein relativ generisches, wenn auch gut umgesetztes Effektfinale. Was, was okay ist, was auch wiederum ein paar echt hübsche Szenen auch wieder bietet, aber ja, es ist, es hätte mehr sein können und das auf mehreren Ebenen, denn es wird ja auch wirklich nicht nur das Grauen behandelt, sondern es ist ja letztlich auch wieder eine Familientragödie. Und das passt recht gut, dass beim Drehbuch die beiden Autoren mitgeschrieben haben, die auch schon Quiet Place gemacht haben, wo es ja auch letztlich um eine Tragödie innerhalb der Familie geht. Und ich finde, dass auch so Quiet Place und Boogeyman auch gewisse Parallelen halt haben. Die merkst du, ich habe sehr oft an Quiet Place denken müssen, weil eben, ich finde genauso diese Dynamik zwischen laut und leise und diesen, den langgezogenen und den schnellen Teilen, die war tatsächlich ein bisschen wie so ein Freeletics-Kurs. Also 30 Sekunden Power und dann ein bisschen Pause und dann hast du wieder, also man kann im Film einiges vorwerfen, man kann ihm aber nicht vorwerfen, dass die Leute, die daran gearbeitet haben, irgendwie Stümper sind. Was ich auch noch schade finde, ich habe ja schon in meiner grandiosen Einleitung gesagt, dass es da auch einen Therapeuten gibt, das ist der Vater, gespielt von Chris Messina. Da hatte ich aber das Gefühl, da weiß der Film auch gar nicht, was er mit dem anfangen soll. Es gab wirklich Momente, wo er dann auftaucht und ich dachte, ach ja, es gab hier noch einen Vater. Den mochte ich super gerne, ich mag Chris Messina auch irgendwie gerne, ich verwechselte den aber immer mit diesem anderen Kerl, mit diesem Dermot Mulroney oder wie der heißt, Dermot Mulroney. Aber ja, der war immer witzig, als ob der dann streckenweise von der Seite ins Bild geschoben wurde, um sich dann für irgendwas zu entschuldigen, was er vor 10 Minuten. Und was eben auch ein Problem war für mich, ich kannte halt die Kurzgeschichte und mir war auch klar, dass der Film ganz anders mit der Grundidee umgehen wird, als die Kurzgeschichte. Aber wenn du die Kurzgeschichte halt kennst, hast du einfach automatisch eine gewisse Erwartungshaltung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die tritt der Film also wirklich so dermaßen konsequent in die Eier. Okay, das will ich aber jetzt wissen, das ist jetzt hier, jetzt schalte ich um auf neugierigen Podcast-Partner. Was passiert denn da? Ja, das ist halt ein Spoiler, deswegen, pass auf, willst du das jetzt wirklich hier abhandeln? Ja, natürlich will ich das abhandeln. Pass auf, dann, wenn du nichts mehr hast, dann lass doch einfach jetzt ein Fazit fällen und dann sagen, mach den Fazit in den Spoiler-Bereich. Okay, gut, ich fange mal an. Der Film ist, wie gesagt, teilweise ein bisschen arggenerisch, ist nicht besonders genuin, aber er ist atmosphärisch toll, er ist gut gespielt, er sieht toll aus. Und hat mir in Gänze wirklich eine Menge Spaß gemacht. Kein Horrorfilm, an den ich mich in drei Jahren noch erinnern werde, aber ein Horrorfilm, wo ich mich nicht ärgere, ihn im Kino gesehen zu haben. Wenn euch der Film interessiert, geht rein, habt Spaß. Dankeschön. Ja, so in der Art würde ich es jetzt auch sagen. Ich würde noch den Wunsch damit angeben, dass der Film wahrscheinlich dann auch eher für jüngeres Publikum, also die Leute, die ihre ersten Horrorfilme sehen, wahrscheinlich ein ziemlich guter Einstieg in das Genre sein wird. Deswegen genießt die Zeit im Kino, aber bitte darauf aufpassen, nicht wie bei Smile sich aufführen wie ein Stück Arsch, sondern brav sein. Man schaut, man geht den Film rein, dann sind da noch andere Leute im Kino, dann genießt man das miteinander und dann geht man dann auch wieder nach Hause. Und nicht irgendwie Popcorn auf die Leute schmeißen, das mögen wir nicht. Ganz genau. Gut, dann würde ich sagen, Spoiler und ich sage mal Spoiler für die Kurzgeschichte wie auch für den Film. Okay, gut. Schön. Also ihr seid gewarnt worden. Folgendes. Die Kurzgeschichte handelt davon, dass eine Person namens Lester Billings, das ist ja dieser David Dasst-Malki-Hahn. Genau, der ja im Film nur kurz vorkommt. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, er hat eine gute Rolle. Und der erzählt einem Therapeuten halt, wie der Boogeyman seine vier Kinder umgebracht hat. Und die Kurzgeschichte ist wirklich kurz. Ich glaube, die hat unter 5000 Wörter. Und nachdem er halt das alles erzählt hat, sagt er, okay, er hat jetzt von der Seele geredet, er fühlt sich jetzt besser und geht. Und dann hat er aber irgendwas vergessen. Ich weiß gar nicht, seine Brille, Portemonnaie und kommt nochmal zurück. Und er sieht dann, dass dieser Therapeut, mit dem er geredet hat, der Boogeyman ist. Also wird irgendwie so beschrieben, dass er sieht, wie der Boogeyman sich aus der Haut des Therapeuten schält. Und aus diesem Grund war ich halt ein bisschen perplex, als am Ende von dem Film der Boogeyman rauskommt, dass der Vater, der ja Therapeut ist und eben auch mit Lester Billings redet, dass der halt nicht der Boogeyman ist, sondern einfach nur ein normaler Vater und Therapeut. Da hatte ich halt ein bisschen mehr erwartet. Und auch die letzte Szene des Films, wo die Tochter nochmal zu der anderen Therapeuten zurückgeht, dachte ich, okay, jetzt kommt halt eben das, was es in der Kurzgeschichte gibt. Aber auch da ist es ja mehr so ein, also die letzte Szene war für mich so, okay, sie schließt jetzt endgültig mit dem Kapitel ab. Ja, das wäre ganz schön gewesen, muss ich sagen. Ja, weil, wenn du das weißt, dann achtest du auch ein bisschen mehr auf den Vater. Und es gibt so viele Szenen, wo der da plötzlich dazukommt, wo es man hinterher erklären konnte, ja, das war ja eigentlich der Boogeyman. Ja, du, der gibt dem Ganzen ja auch eine ganz andere Tiefe für dich. Also du, da hättest du dann meinetwegen dann auch auf den einen oder anderen Grusel-Jumpscare verzichten können, wahrscheinlich, weil es dir dann sagen hättest du können, ey, pass mal auf, da kannst du dann auch den richtigen realen Horror irgendwie reininterpretieren. Also vor allem, wenn der Therapeut ist, der hat ja ganz viel Boogeyman dann in sich im Prinzip. Genau, und es gab ja auch so ein paar Szenen, wo ich auch das Gefühl habe oder immer noch der Meinung bin oder die Mutmaßung habe, dass sie da vielleicht ein paar Sachen rausgekattet haben und es vielleicht noch ein alternatives Ende gibt. Denn die Tochter findet ja das Aufnahmegerät von ihrem Vater, wo er mit dem Lester redet und dann endet die Aufnahme mit so komischen Geräuschen, wo ich auch dachte, okay, vielleicht ist es jetzt wirklich so, dass der Vater sich zu erkennen gegeben hat als Boogeyman und hat dann gekämpft mit dem Lester. Und solche Sachen, wenn man eben die Kurzgeschichte weiß, gibt es in dem Film so viele Anspielungen. Oh ja, das wäre echt gut gewesen, weil du in dem Film ja, der erhängt sich ja der Lester im Büro oder im Atelier der Mutter, ist ja egal. Auf jeden Fall, hätte man da schon gut so einen Kampf, der eben dann für Zuschauer und Zuschauerinnen nicht gleich zu sehen ist, mit dem Boogeyman oder dem Vater, hätte schon gut gepasst, ja. Aber auch echt ein Arschloch-Move, sich einfach umzubringen in einem fremden Haus, ne? Ja, aber die, die, vor allem, das fand ich in dem Film auch ein bisschen so unmotiviert, weißt du, wie ich meine? Ja. Da, da geht, da, warte mal, wie war das? Der Vater geht kurz und, und will, will den wirren Typen bei der Polizei melden oder sowas? Genau, also, in der Zwischenzeit bringt er sich um, oder? Genau, also, die reden miteinander und, äh, der Vater, also, so habe ich es dann aufgefasst, merkt dann, okay, der ist halt nicht gesund, der braucht Hilfe, eine Hilfe, die ich mir jetzt nicht geben kann. Er entschuldigt sich, geht in die Küche und ruft die Polizei an und in der Zeit geht dann der Lester halt aus dem Behandlungszimmer raus und die Treppe hoch ins Zimmer der Kinder. Im Privatbereich der Familie sozusagen, ja. Genau, genau, genau. Äh, und ich dachte halt auch, ganze Zeit so, okay, weil, wenn die Tochter den Lester dann tot da findet, kommt ja auch dann plötzlich der Vater so rein. Und dieser Boogeyman ist ja, anscheinend kann der ja irgendwie, ist ja ein magisches Wesen, ne, das heißt, der kann sich ja auch, äh, transformieren oder transportieren, wo man immer hin möchte, Hauptsache es ist dunkel. Deswegen wäre es ja auch so erklärbar gewesen, dass der Vater plötzlich, äh, in dem Zimmer da ist mit der Tochter, dass er den Lester umgebracht hat und sich dann irgendwie verkrochen hat oder so. Also da gab es halt echt viele Möglichkeiten und ich würde mich interessieren, ob es das wirklich das Drehbuch ist, was sie hatten oder ob sie halt nachher im Schnitt entschieden haben, nee, wir müssen das irgendwie anders machen. Ich glaube fast, es könnte unter Umständen tatsächlich so sein, weil wenn, wenn man jetzt da so drüber nachdenkt, dann waren gerade diese Stellen, die ich dann ein bisschen schwach fand im Plot und ein bisschen un, un, ja, also unfertig tatsächlich. Ein bisschen, könnte tatsächlich da sein, dass da vielleicht noch so die ein oder andere Minute am Ende fehlt, wobei ich mir tatsächlich nicht vorstellen kann, dass dann am Ende, äh, vielleicht gut, okay, als alternatives Ende gedreht vielleicht, aber, äh, also dass der Vater dann eine bösere Rolle spielt, kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, weil es wäre zwar zu, es wäre zwar sehr schön, würde ich abfeiern, aber, hm. Oder halt eben die, 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 die Therapeutin, zu der die beiden Schmerzen. Ja, das wäre, das wäre, aber die war eh irgendwie, da gab es ja diese eine Szene, wo sie dann diese, diese Dinge in der Dunkelheit machten mit diesem flackernden Licht, wo sie dem kleinen Mädchen, äh, die Übung für die Dunkelheit geben wollen, da, das sah echt auch streckenweise unglaublich spooky aus, wie die Therapeutin einfach so mit so weit aufgerissenen Augen, über den Kids stand und so. Also, die hätte ich mir gut vorstellen können, als so Boogeyman, aber. Vielleicht, vielleicht ist sie das ja auch, ne, denn die letzte Szene wird ja Sawyer, die älteste Tochter, zurückgerufen und dann steht ja dieser, dieser Schrank so einen Spalt auf und dann kommt die Therapeutin zurück und fragt so, was, warum bist du noch hier, ne? Ja. Also, ich hab das schon so verstanden, dass der Boogeyman immer noch da ist und der Boogeyman soll ja, glaube ich, im Sinne des Films auch so ein bisschen so, äh, die, die Trauer, äh, darstellen, die die Familie halt, äh, umgibt. Und dadurch, dass sie die Tür zuschließt, dieses Schrank, sagt sie ja quasi, okay, es ist jetzt vorbei. Ja. So ein, so ein ähnliches Bild, mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein, aber kennst du halt auf freier Strecke von Andreas Dresen? Ähm, das ist der mit dem Gehirntumor, oder? Genau, ja. Wo es ja auch so ist, dass der, er dann stirbt und, äh, seine, seine Frau einfach das Fenster aufmacht und dann schließt und seine Tochter geht dann zum Sport, so was Alltägliches macht. Einfach so, wir schließen jetzt hiermit ab. Und man kann durchaus auch sagen, dass der Boogeyman, ja, stilistisch jetzt nicht, aber inhaltlich von dem, was er vielleicht so im Kontext erzählt, auch ein paar, ähm, Gemeinsamkeiten hat mit, äh, Harry, 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 ich kann's nicht. Ja, das und der Babadook, das sind ja alles so Grief-Filme sozusagen. Ich finde, ich fand übrigens das, äh, Design von diesem Boogeyman auch ein bisschen überraschend, weil ich nicht mit, mit so einem in der Ecke kauernden Spinnenwesen irgendwie. Hm. Da hab ich mich mit meinen Kollegen, mit dem ich ihn geguckt hab, ein bisschen nicht zerstritten, aber da waren wir gegenteiliger Meinung, weil ich fand's eigentlich ganz, ganz cool, dass sie ihn relativ früh zeigen, aber ihn dann trotzdem nicht immer zu sehr zeigen. Und ich mochte halt dieses Design von dieser, ich sag mal, diese Hand im Mund, so, dieses, dieses, passt schon wie so ein Insekt, das fand ich eigentlich ganz, ganz nice. Ähm, doch, war, war, also, es ist kein, kein, kein Monstrum, äh, was mir jetzt persönlich Angst macht, aber ich hab mir eh meistens mehr Angst vor Menschen als vor Monstrum. Ja, ja. Ja, das war jetzt auch kein 0815, äh, Monster. Wobei man auch sagen kann, dass dann, äh, da hast du ja dann auch wieder ein paar Parallelen zu Smile, vielleicht war dann, dann kurz die Marktforschung, äh, dann auch wieder aktiv und hat gesagt, lange Glieder sind derzeit komplett in. Was ist in? Lange Glieder, Mandibelen und Blut. Nehmen wir. Nehmen wir. Ja, ja, gut, also, ich glaub, wir sind durch, äh, wir haben jetzt unsere Meinung kurz getan, wir haben gespoilert, zu Filmen wie zur Kurzgeschichte, wenn ihr noch dran seid, dann selbst schuld, trotz allem danke fürs Zuhören, denkt dran, Teleschammtisch gibt es überall da, wo man Likes und Kommentare hinterlassen kann, das könnt ihr also gerne tun, äh, ich freue mich darauf, von euch zu hören und, äh, wir hören uns demnächst, Max, ich sage Tschüss an dich, ich sage Tschüss an euch und jetzt darfst du auch Tschüss sagen. Ja, ich sag auch Tschüss an euch und dich und bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit, ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen, also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.